Was bedeutet das für deinem Klub, die in der C-HL teilzunehmen? Wir sind sehr stolz. Eisperren sind da von Anfang an. Letztes Jahr hatten wir ein Jahr aus. Wir haben das Team letztes Jahr gebaut, um eine gute Saison in der Liga DEL zu sein. Wir haben das geschafft. Wir sind sehr stolz, dass wir in der C-HL zurückkommen sind. Für uns sind wir sehr stolz, dass es ein Teil davon ist. Es ist sicher eine sehr gute Vorbereitung. Wir haben den internationalen Austausch, andere Gegner. Ich denke, das ist eine sehr gute Erfahrung, die wir machen können. Auch als Vorbereitung, die ersten Spiele bevor die Meisterschaft startet. Und dann sicher auch eine Laufsänderung, die man während der Meisterschaft machen kann. Jetzt wird es eine zweite Saison. Wir haben die erste Saison gewonnen. Wir haben die Möglichkeit, sie zu versuchen, zu spielen. Wir haben eine sehr interessante Herausforderung. Wie in der vorbereitung, sondern auch während der Saison. Wir sehen uns, was es wird. Also, wir haben die Liga DEL zu haben. Wir werden sehr verdient sein. Wir werden unsere Komponenten vorstellen. Wir werden das Belaunnen vorstellen. Wir werden das für unsere Komponenten zeigen. Wir werden das, wie wir mit der Komponenten sehen werden. Wir werden das, was wir sehen. Wir werden das, wie wir sehen. Wir werden uns mit der Komponenten sehen. Bis zum nächsten Mal!